Hallo zusammen, Hi Zocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, zu knapp für meinen Geschmack, anzunehmen bei Kelly Duma, in den westlichen Festländern, an dieser Stelle im Sägewerk. Wir sollen jetzt höllwütige Füchse töten. Alles klar, und zwar zwölf Stück. Ich werde euch jetzt zeigen, wie die aussehen und dann werde ich eine kurze Unterbrechung machen, und es wird immer dasselbe sein. Schaut mal hier, höllwütiger Füchse. Das Gebiet ist ziemlich groß gehalten, ein zweites kleines gibt es sogar auch noch. So, und da es immer dasselbe ist, werde ich nun die kurze Unterbrechung machen, weiter diese Füchse töten, und wenn ich alles zusammen habe, werde ich mich wieder bei euch melden und euch zeigen, wie es weiter geht. Also nicht wegschalten, euch wird geholfen. Hier ist der letzte Fuchs, den ich hole. Ich habe also alle in diesem Gebiet hier im Süden getötet. Da waren ziemlich viele eng zusammen, sage ich mal. Ich möchte schauen, wie es bei euch ist. Könnt ihr gerne in die Kommentare posten. Und jetzt ist die Quest hier abzugeben bei Kelly Duma in den westlichen Westländern, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt's noch den Link zu meinem Twitch-Kanal. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und Filar folgen. Ciao. Auf Wiedersehen.